Ich begrüße Sie recht herzlich zur sechsteiligen Serie weltberühmt in Österreich, 50 Jahre Austropop. Der größten Aufarbeitung österreichischer Popkultur nach dem Zweiten Weltkrieg. 127 Originalinterviews, über 60 Konzerte und über 600 Songs zeigen und spielen wir in dieser Serie. In der Folge 1 geht es um die Definition. Was ist Austropop? Oder besser, um eine neue Definition. Weil wir wollen in dieser Serie Austropop viel lieber als österreichische Popkultur verstanden wissen.